hallo und herzlich willkommen ich bin der lautschmann und ich begrüße euch wieder bei red dead redemption 2 und wir sind mit der postkutsche unterwegs warum sind wir mit der postkutsche unterwegs eigentlich postkutsche ist ja quatsch ne ist ja so eine art reisekutsche transportkutsche die bringt uns jetzt nämlich nach annisburg weil wir hatten echt keinen guck jetzt ist alles zu reiten so so vor mir hier zu maika gehen gehen wir jetzt erst mal hier lang gucken wo sie ist die gute frau hier müsste sie sich aufhalten hier ist zu vielleicht da ums eck ah ja Wir sind jetzt hier, Junge? Ja! Mama... Mama kann nicht verlassen. Oder wird verlassen. Ich weiß nicht, ich habe gesagt, ich hatte Geld. Sie sagte, dass dein Geld nicht moralisch war. Sie sagte, dass es besser wäre, wenn zu sterben, als zu holen. Vielleicht ist sie gut, ich weiß nicht. Ich weiß nicht nichts über die Moral. Sie ist noch weg, arbeiten, duißt? Entschuldigung, Herr. Entschuldigung über alles. Ich bin schon ein paar Stunden zurück. Sie ist mit einigen Mann auf den Straßenbahnstraßen. Ich habe nicht den Blick von ihm. Welcher Weg, du sagst? Den Weg. Um die Wälder, um zu Willards Rest. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Dann hat sie wieder einen Freier. So. So. Wo wir holen uns lieber mal anderem Pferd. Wir wissen ja nicht, wo er jetzt hingegangen ist. Am Schluss ist das am Arsch der Wild. Auf geht's. Er kommt. Ich kann aber trotzdem schon mal ein bisschen laufen. Ah ja, da vorne ist die gute Dame. Oh Mann. Ich hoffe, hier ist nichts passiert. Okay, woher man hier ist, was? Schauen wir mal. Ah, jetzt kommt unser Pferd. Ach, guck mal da. So. Natürlich nicht. Das ist genug jetzt, Partner. Du hast mich angefangen. Du bist zu schützt. Du bist zu schützt. Wer bist du? Du bist jemanden, der nicht mehr hören will. Du schützt. Ich versuchze mich. Ich versuchze dich. Ich glaube, Archie hat dich gebracht. Ich habe gesagt, zu schützt. Bevor ich dich mit dir. Ich werde dich wiedersehen. Deinemel, liebe. Oh. Hey. Hey. Excuse me. Du lachtst wie mein �w Martin. Ich weiß es. Ich bin so schade. Ich bin so schade. Ich bin so schade, was passiert. Ich war... ...ein Fuss. Und ich bin so schade von meiner Fuss. Aber... ...dass du dich nicht verletzt, wegen deiner Freude. Du hast ein Kind, Frau Downs. Ich bin so schade. Ich bin so schade. Was? Ich bin so schade. Du ihn liebst? Du hast alles gemacht. Du hast alles gemacht. Für ihn. Wir kommen dir zurück. Okay. Wir gehen. Okay. So. Wieder zurück nach Annisburg. Na komm schon. Steig auf. Ja. Ja. Ich bin so schade, ich musste hierher kommen. Stopp sagen, sorry. Sorry wird nicht Thomas zurückgebracht. Ich weiß. Also, du bist jetzt auch? Und du denkst, dass das dir die Möglichkeit, für Penance, für seine Zeit zu schaden? Nein. Ich bin nicht für das. Okay, dann. So, bitte nicht über mich und die Gefühle, du hast dich vor. Weil kein guter kann kommen, für uns beide. Und all du kannst, jetzt ist, zu entscheiden, den Mann du willst, für den Zeit, du hast. Help jemanden, der immer noch wird. Ich helfe dir. Ich glaube, du bist so. Oh, du bist so. Oh, du bist so. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Das ist das. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Dann gehen wir mal zu ihm hin. Hallihallo. Oh. So, take the money and get out of here, please. I know I ruined your life. I suffer for it every day. But don't let yourself get killed for pride. I've seen it kill too many folks. Don't say anything. Don't thank me. Just take the money and pack your bags. That's all I got to say. Thank you, Mr. Morgan. I said don't thank me. Get out of here, please. So, let's see what Maika is doing. Can we go there at all? Here, perhaps? Hello? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And I inside you ain't. I'm just a realist, friend. Maika reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Well, maybe time for folks like us has passed. We don't need a rat. We got sloppier than the town drunk. And they know who we are and where we are and what we're doing. The way I see it, best thing we can do is let the weak go. Move on, get our money, and start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen. And fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us pinned in here. And ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Oh, leave Cornwall alone. He ain't. We need money. But revenge? Now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur. It's just a simple social call. Hehehe. 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 Come on, Arthur. It's his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar. His oil. His law. These are wrongs that you can't right, Dutch. We wanted men. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out. And Cornwall wants us to stop robbing him. And we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur. And I want out. And he? He won't let us go. The same ain't a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A deal. Some noise. And then we're gone. Okay. Ich weiß nicht. Cornwall's boat is due in soon. Let's get down here behind the crates. So. Okay, jetzt mal gespannt. Arthur. I said get. I want to thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency and still nothing. This van der Linde robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Chance, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no. I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch van der Linde. Bring him here and leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Dinsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Dinsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement. And I intend to make it a success no matter what the cost. It's the wages. Folk feel that you... Folk feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir, not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. The only difference I can see is I choose whom I kill and rob, and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and save passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. You've lost your land! Noise, Arthur! Noise! Noise! Twoおお. Bankertons! You what the pixelated? How do I harm you? And they dont know who lives here. es hat ja wieder vorzüglich geklappt kaum wohl ist es hat es hat es hat es hat es hat es hat Okay, ja, ja, ja. Sie sind doch schon da. Oh Mann. So, weg damit. Sie haben die Lungs für diese, Morgan? Shut the hell up! Hier kommen noch mehr. Take them down! This wasn't a revenge mission. So? I wasn't. We got what we can for. Those papers. Finally puttin' that massive hornball out of business for good! You couldn't getcha to this! Me? I just follow orders, Morgan! Let's go! Let's go! Let's go! I'm gonna die here! Hey. I was going to die. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Ja. Let's head for the hills, boys! What's up? They're trying to block us off! Go right! Look out! We are going ahead! On the left! More of the bastards! He's the first man I feel! They're trying to cut us off again! Go left! Lose them through the river! We've got a time left! Come on! Come on, fellas! They're still coming! Shoot the bastards! I'm killing you, son of a bitch! It looks like we've lost them! For now, baby! What's up? Oh, man! Oh! Ooh! Whoa! We all okay? Interesting social call. Oh, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew, sooner or later, Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch! It won't be long before they find where we're hiding out now. Especially this, we ain't exactly hiding out! We just need a distraction. Buy us some time. It looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from... Well... The Annisberg mines to Saint-Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Micah, you look into this dynamite. Take Bill, I guess, Arthur. You go too. We are gonna need a lot of it. And Micah, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Van Horn. Meet me there when you can, Blacklong. Let's split up. We'll meet up back at camp. This is crazy. Hmm. That's true. Rich is crazy. Aber gut. So. Oh mein Gott, Arthur. Du siehst wirklich nicht gut aus. Ja. Das war's auf jeden Fall mal mit Red Dead Redemption 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn's so ist, könnt ihr es gerne mal mit einem Like zeigen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Und würde sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge von Red Dead Redemption 2. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.